Hallo und Willkommen zu WWE 2K19 und den dazugehörigen Showcase-Mode, ja, den nehme ich direkt nach 2K17 auf, weil das das erste Spiel hier ist, was ich noch installiert habe, deswegen brauchte ich einfach nur die CD wechseln und das gestattet, deswegen genauso wie in 2K17. Hier haben wir einen Shop, da, da mit VC, ja, alles frei, das macht aber nichts, denn weil einmal mein Spiel schon weggegangen ist, habe ich noch nie, wo ist er denn jetzt, 2K17 da, den Showcase-Mode gespielt, in dem Speicherstand, ich habe den schon mal durchgespielt, aber das war bevor mir das Save kaputt gegangen ist, mein erster, und das ist quasi jetzt mein zweiter Save, den ich erstellen musste, das ist schon ewig lange her. Das ist passiert, deswegen, äh, weiß ich, dass jetzt, wenn wir in den Showcase-Mode reingehen, direkt der Cutscene beginnt, deswegen, äh, halte ich jetzt meine Fresse und, äh, viel Spaß. So, turn auf Daniel Bryan, die Rückkehr des Daniel Bryan. Ich dachte, es beginnt der Cutscene, aber jetzt. Ich habe never had it easy in WWE. Ich habe jemals. Ich habe jemals. Ich habe jemals. Ich habe jemals, ich habe jemals, und wenn ich habe jemals, und ich habe jemals, und ich habe jemals gemacht, meine in-ring-Karriere war über. Ich konnte, dass ich nach Hause bin, mit was ich geschafft habe, aber ich habe gesagt, das ist nicht wie ich wollte, meine Geschichte zu Ende. Ich wollte mich, meine Familie, und jemanden, die in der Vergangenheit hat, dass du musst, was die Herausforderungen du hast, und kämpfst für deine dreams. Well, wir müssen uns auf den Daniel Bryan-Brieren-Bandwaggen. Ja! 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 The Miracle King! The Miracle King! 77,000 Trailer in unison. Ja! 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 Yes! Yeah, 2003 is still... I don't think that's it. That's it. Okay, okay, okay. Okay, uh... Yes, the first match is Daniel Bryan, or Bryan Danielson. That's John Cena from the 8 February 2003 episode of Velocity one on one. It wasn't too long after that that I was signed by WWE. When I first got signed by WWE in 2000, I had no idea really what to expect. Most of the guys on TV had been wrestling for years and years, and at that point, I'd only been wrestling for six months. Since I was still really new to all this, I was sent to hone my craft at WWE's Developmental Territory, which at the time was in Memphis. Luckily, William Regal was a trainer there, and he helped me out a lot. So with the WWE team, contract and Hall of Fame trainers, Bryan Danielson was on the fast track to success, right? No, not quite. I was released in 2001, the first time I was released by WWE. It was really hard, actually, because I really didn't know what to do. William Regal told me this is a chance to learn. This is a chance to go, travel the world, find who you are as a wrestler, and find who you are as a person. So I went back to the Indies and touring in Japan. But soon after that, in 2003, Bryan Danielson made his triumphant return to WWE. Well, sort of. Bryan Danielson from Aberdeen, Washington. I returned for some one-off matches on WWE's weekend shows, Sunday Night Heat and Velocity. I like this tour. Look at that. Nice monkey flip. Well, you know this Bryan Danielson is a very accomplished young man. We've seen him in the past and he's very, very good. I didn't really have a goal other than it was good exposure on TV. And one of these matches happened to be against a young up-and-comer named John Cena. Surely, this would be my big break, right? Yeah, then let's see if it was the big break. Yeah, that's... Yeah, for a stand-up. Wait... 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 Führer... Führer aus einem Standgriff einen Gliederangriff Führer aus einem Standgriff einen Gliederangriff gegen John Cena's Arm aus. Michael Cole here alongside Corey Graves and Byron Saxton I have a feeling that he would have to say John Cena against the local competitor. Here he goes. Okay. Well, he gets you in the head but the damage might have already been done by John Cena's arm. So. Nein. Uh... Schön am Boden halten. Uh... Ah, Cena kann aber mithalten... Oh, Test of Fire! Nee. Aber man möchte auch definitiv nicht übersteuern. Wieso schafft das 2K nicht den fucking Sound ordentlich einzustellen für ihre fucking Spiele? Das ist jetzt schon das dritte Spiel, wo es Soundprobleme gab. In Showcase Mode. Ich hab jetzt den 2K15 mit ihm bekommen. Oh! Die Kishipan! Ach so, ich hab einen Keeper. Oh, gut zu wissen! Ich kann gar nix von dann. Füge John Cena immerhin Schadenzie. Nur noch Debuff. So, jetzt ist es weg. Okay, das wurde für mich angezeigt. Zu früh, zu spät. Super! Sitz! Danke! Zu früh! Sag mal, legst du es etwas! Nice! Ich hab das auch geschafft! Du rein! Steckenschlag gegen sonst in das Kopf auswendet, der auf den Rücken liegt. Okay! Ich bin dran angekriegt! Up! Aah! Dankeschön! Kontert Sina das. So. Tömerer zum Sina für den Pin. Okay. Wir haben Sina Pirateship in die Ecke. So. Oh. Gegen dem Boot. Oh, spinning. Sitternd Powerbomb. Sina hat Cover. Ja, schade. Heute. 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 Für Sina. Wir müssen heute mit Sina empressen werden. Mit Sina heute. In der nächsten Folge haben wir dann Daniel Bryan mit The Miz gegen Chris Jericho von der 23. Februar 2010 Ausgabe von NXT One on One. Ich bedanke mich. Bis zu sehen. Und auf Wiedersehen. Wir müssen hier. Gleich bist du mit!